Glück auf zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video bzw. zu einer neuen Podcast-Folge von eurem blau-weißen Geflüster hier auf eurem Stammplatz 1848. Ja, das nächste Bundesliga-Heimspiel steht auf dem Plan. Es war ein sehr, sehr frustrierendes Spiel gegen Freiburg und nun schauen wir auf das nächste Spielhaken dieses Spiel komplett ab, verschwenden auch keinen weiteren Gedanken an dieses Spiel, was so unglücklich auch in dem Moment gelaufen ist und wollen einfach jetzt alles daran setzen, worauf es morgen ankommt. Alles, 1000%, 2000%, Kampf, Leidenschaft, Wille, die Lust auf den ersten Saisonsieg und gleichzeitig auf den ersten Heimsieg in dieser Saison. Und jetzt muss es einfach passieren. Es muss passieren gegen Mainz 05. Der VfL muss es einfach schaffen. Ich kann es nur noch einmal betonen, jetzt oder nie, das ist die Devise für diesen Spieltag, denn es geht gegen die Mannschaft, die ebenfalls noch sieglos in dieser Spielzeit bisher ist. Und deshalb, du musst es einfach versuchen. Du musst alles daran setzen. Du musst alle Tugenden auf den Platz bringen und all das, was bisher einigermaßen gut lief, vereinen und alles, was bisher nicht gut lief, weiterhin und komplett und zu 100% ausschließen. Und vor allem, selbst wenn du technisch schwach bist oder keine Ahnung was, dann kämpf aber. Dann kämpf bis zum bitteren Ende. Dann kämpf bis zum Unfallen. Aber gib alles einfach dafür, dass unser VfL am morgigen Freitag zum Flutlichtspiel der Sieger ist, der vom Platz gehen wird und dass die Punkte hier zu Hause im Pott bleiben. Das ist, glaube ich, das, was als Motivationsansprache definitiv fruchten muss. Und ich denke, jeder ist siegeshungrig, so will ich das sagen. Jeder ist siegeshungrig und einfach nur hoffentlich auch geil darauf, dieses Spiel zu gewinnen. Und mehr muss man, glaube ich, eigentlich in dem Moment gar nicht sagen, was, sage ich mal, der Rahmen sein sollte für das morgige Flutlichtspiel. Ausverkaufte Hütte. Wie gesagt, das sind die besten Voraussetzungen. Was soll ich euch noch sagen? So ist es. Und bevor ich mich noch weiter in Euphorie rede, gehen wir jetzt auf die Zahlen, Daten, Fakten ein und schauen natürlich auch so ein bisschen darauf, wie der Gegner ist. Stärken, Schwächen, woran er vielleicht auch in dem Moment dran zu knabbern hat. Was auch passiert, wenn jetzt Spieler zurückkommen. Genauso wie bei unserem VfL. Wie sieht das Personal aus? Alles Mögliche, das kommt jetzt hier zum Tragen. Wie gesagt, Mainz 05 haben aber, muss ich auch, um jetzt zu sagen, beziehungsweise um es gleichzeitig auch zu, ja, ein bisschen vielleicht auch zu entgegnen. Sie haben zwar bisher noch keinen Saisonsieg gemacht, aber sie hatten zum Beispiel im letzten Spiel gegen Bayern München eine, in Anführungsstrichen, nur 3 zu 1 Niederlage kassieren müssen, beziehungsweise 1 zu 3 Niederlage kassieren müssen, haben aber ein gar nicht mal so schlechtes oder verkehrtes Spiel gegen die Münchner gemacht. Das sah phasenweise gar nicht mal so aus, als würde da jemand gerade spielen, der momentan ganz unten in der Tabelle steht. Sie auf 18, wir auf 17. Also kann man sich schon denken, was das auch für ein Duell sein wird. Und es ist natürlich extrem schade, darüber sprechen zu müssen, dass unser VfL auf Platz 17 gerade wieder mal ist, mit seinen vier Pünktchen in dem Moment. Aber wie gesagt, vielleicht muss es auch so sein, dass genau wie in der letzten Saison, der neunte Spieltag, der Spieltag ist, wo der VfL den ersten Sieg erzielen wird. Das wäre so wichtig, das wäre so geil. Und Mainz 05, klar, wie gesagt, hatte ich ja gerade schon gesagt, haben gegen Bayern kein schlechtes Spiel gemacht, bis dato halt auch überhaupt gar nicht in die Saison gekommen und sind auch teilweise oder phasenweise auch unter die Räder geraten. Aber haben natürlich auch Personal, was stark ist und wo ich mir auch immer so denke, wann platzt bei denen der Knoten, wann sammeln sie die ersten Siege? Und deshalb muss man auch alles daran setzen, dass es nicht gegen Bochum der Fall sein wird. Und auch wenn ich hier lese, dass Unisibo wahrscheinlich zurückkehrt, dann denke ich mir so, nein, das will ich nicht. Unisibo ist einer der Spieler, die ich gegen Bochum nie sehen möchte. Ich weiß nicht auch so gut daran erinnern oder kann mich so gut daran erinnern, dass gerade die Standards gegen Mainz, dass wir da immer so schlecht ausgesehen haben. Generell sind die Standards für mich auch in dieser Saison bisher so dürftig, da haben wir so viele Gegentore kassiert. Aber nicht nur durch die Standards, wo es dann teilweise auch um Kopfbälle ging, jetzt im Rahmen von Ecken oder Freistößen, sondern auch, wenn es generell um die Luftzweikämpfe ging. Ich hatte es, glaube ich, im letzten Video auch schon mal erwähnt. Die Luftzweikämpfe, die sehen mir teilweise viel zu fahrig aus bei unserem VfL, so dass ich mir denke, ey, du musst ein bisschen mehr reingehen. Du musst mal ein bisschen deine Sprungkraft auch in dem Moment anwenden, um dich nicht da auch unterdrücken zu lassen durch die Gegenspieler. Und das sieht mir teilweise oder sieht für mich phasenweise immer so aus, als würden in diesen Luftzweikämpfen die Bochumer Spieler teilweise immer den Kürzungen ziehen. Und sowas gehört halt auch dazu. Und wenn du dann solche wichtigen Kopfbälle verlierst, dass dann halt so ein Kopfball auf den Keeper geht oder dann halt auch ins Tor, ist überhaupt nicht gut. Standards, wie gesagt, das war in der letzten Saison auch schon so eine Geschichte, wo ich mir immer gedacht habe, bitte keine Ecke gegen den VfL, weil du immer zittern musst. Es gibt manche andere Mannschaften, die können Ecken und Freistöße super verteidigen. Da musst du dir eigentlich keine Gedanken machen, weil die kaum etwas in dem Moment zulassen und sehr gut stehen und dem Moment auch die Gegner richtig blocken und alles Mögliche. Aber bei unserem VfL musst du immer wieder Angst haben, dass du vielleicht dadurch ein Gegentor kassieren könntest. Und das muss auch aufhören. Das ist auch gerade gegen Mainz, wenn ich gerade auch darauf eingegangen bin, Onisivo, was mir auch im Kopf so geblieben ist von ihm, dann will ich einfach, dass auch diese Standards so gut es geht vermieden werden. Und wenn, bitte ein richtig gutes Zweikampfverhalten von allen Bochumer Spielern, die morgen auf dem Platz stehen werden. Ja, das wie gesagt, kurz zu der Situation, was mir groß oder was mir großartig aufgefallen ist, nochmal zu diesen Standardsituationen beziehungsweise auch zu dem Luftzweikampfverhalten. Und schauen wir auch so generell auf die Formation, die uns erwarten wird bei Mainz 05. So können wir sehen, dass sie halt immer, egal gegen welchen Gegner bisher auch mit einer Dreierkette aufgespielt haben. Das heißt, ihr Standardlieblingssystem mittlerweile ist ein 3-4-2-1. Und wie gesagt, ich hatte ja auch gesehen, beziehungsweise war auch meine Empfindung, dass es gegen Bayern gar nicht mal so verkehrt aussah. Und das sind natürlich auch Spieler, gerade auch wieder auf den Außenbahnen, Da Costa oder auch halt vorne drin, beziehungsweise sage ich jetzt mal so auf Höhe, wo Kevin Stürger auch teilweise spielt, beziehungsweise je nachdem wie die Formation von unserem VfL aussehen könnte. Da hat er im letzten Spiel unser Thomas Lecce ja auch ein bisschen, was heißt überrascht, aber nicht so wie ich eigentlich gespielt hätte. Kommen wir gleich nochmal kurz zu. Aber da haben wir dann auch einen Lead zum Beispiel, der auch extrem schnell ist und extrem gefährlich ist. Und wenn Onisivo auch wieder da ist, wie gesagt, das ist schon teilweise auch wieder ein Brett, wenn ich das so mir auch von den Namen halt nochmal durchlese und klar, Zentner im Tor, der ist immer dafür gut, dass er auch gefühlt 1000 Paraden in einem Spiel halten kann. Also das auf jeden Fall vielleicht auch mal oder vielleicht nochmal kurz halt zum Gegner. Und die Ergebnisse von Mainz 05, klar, sie haben bisher nur zwei Pünktchen erzielen können. Sechs Niederlagen, 7 zu 22 Tore, das ist die Differenz. Also ist natürlich schon, wie gesagt, nicht ganz so prickelnd, aber auch nicht prickelnd natürlich, was der VfL bisher gemacht hat. Das heißt, wir schenken uns da eigentlich jetzt gar nicht so viel. Wir haben ein Gegentor weniger bisher kassiert und hatten halt eigentlich ein bisschen mehr das Glück, dass wir zwei Spiele auch noch mehr als unentschieden verwerten kommen. Das heißt, du brauchst hier gar nicht darauf gucken, wer hat die stärkere Form, wer ist besser im Saft. Es ist relativ identisch. Was natürlich für mich hauptausschlaggebend sein wird, warum ich auch daran glaube und daran denke, dass wir im ersten, dass wir den ersten Heimsieg und den ersten Saisonsieg erzielen können und werden, ist einfach die Tatsache, dass wir nun zu Hause keine Gegner haben, die vielleicht auch vom Papier her übermäßig stärker sind oder vom Tableau auch her schon mittlerweile nach gut acht Spieltagen kann es jetzt auch noch nicht so viel sagen. Aber natürlich zeigen so langsam die Ergebnisse und die Position innerhalb der Tabelle, wo der Weg hingehen könnte oder wo der Weg auch hingeht. Und da ist es mir natürlich lieber, wenn wir vielleicht jetzt die Möglichkeit haben und ich hatte es ja auch angekündigt, dass es jetzt die vier wichtigen Spiele werden. Mainz, Köln, Darmstadt und Heidenheim. Und umso wichtiger ist es einfach, dass man jetzt diesen direkten Zweikampf, dieses quasi, wenn man es wieder so nennen möchte, 6-Punkte-Spiel, dass man das einfach nutzt und dass man schaut wirklich, dass hier der Gegner gar nicht erst ins Spiel kommt. Du musst von Anfang an wach sein. Du musst fokussiert sein. Du musst daran glauben. Du musst es annehmen, als wäre es das wichtigste Saisonspiel bisher, damit endlich mal der Knoten generell platzen kann. Und das ist unfassbar wichtig. Und ich hatte es ja gerade gesagt, dass Thomas Lettsch in dem letzten Spiel gegen Freiburg schon ein kleines bisschen vielleicht seine Formation angepasst hat. So wurde nämlich aus einem 3-5-2 ein 3-4-3. Und das fand ich in dem Moment ganz interessant, weil wir natürlich die beiden schnellen Außenspieler noch mehr in Szene setzen in der Offensive. Mit Antwi Ajay und Asano. Und vorne drin Paciencia. Ich fand es nicht schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es eigentlich nicht schlecht. Und dann hast du halt dein Vierer Mittelfeld, was halt mit Suarez, Lozilla, Stöger und Gamboa auch gar nicht so verkehrt war. Wie gesagt, gegen Freiburg fand ich, oder habe ich es noch nicht mal so empfunden, dass wir großartig schlechter waren. Es war halt diese Verkettung von vielen Umständen. Das hatte ich ja auch erwähnt mit dem Schiri etc. etc. Brauche ich nicht noch mal wiederholen. Und das war einfach so das, was mir in dem Film oder was in dem Spiel für mich halt am, ja, was ausschlaggebend dafür war, dass das Spiel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und du könntest natürlich jetzt wieder darüber nachdenken. Okay, vielleicht gehst du wieder auf ein 4-5-2, dass du vorne mit einer Doppelspitze spielst. Könntest du natürlich auch machen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich würde eigentlich, wenn ich jetzt auch hier nochmal sehe, dass alle Akteure eigentlich soweit fit sein müssten, die auch im letzten Spiel gespielt haben oder hatten, dass wir da auch gar nichts ändern sollten. Vielleicht könntest du überlegen, dass du anstatt einem Stöger einen Förster bringst. Ein Förster hatte ich ja schon mal erwähnt, hat in dem Moment vielleicht noch ein paar Prozentpunkte mehr, was halt vielleicht auch in dem Moment die Freistöße angehen könnte. Hier muss man jetzt auch wieder einschränken. Das hatte ich in Bezug dessen gesagt, dass ich in einem 3-5-2 gespielt hätte. Mit einem 3-4-3 würde ich wiederum aber sagen, dass Lausilla und Stöger eigentlich eine gute Kombination ist, weil Stöger ist natürlich auch unfassbar gut, was Freistöße angeht. Es gibt so viele Momente, wo ich mir auch denke, da hat nur ein bisschen gefehlt. Da hatte das Quäntchen Glück einfach, das stand hier nicht gut zu Gesicht in dem Moment, dass der Ball dann so geflogen ist, wie er geflogen ist, weil einfach ein paar Prozentpunkte noch gefehlt haben, aber die Bälle schon sehr gut von ihm geschossen worden sind, gerade was die Freistöße angeht. Und deswegen würde ich die Kombination Lausilla und Stöger im Mittelfeld eigentlich gar nicht mal so verkehrt wiederfinden. Und somit würde ich auch einfach sagen, lasst den VfL wieder so spielen wie gegen Freiburg. Also, ich blende es ein bzw. für die Podcast-Zuhörer auf der Tonspur. Riemann, Ordetz, Bernardo, Schlotterbeck, Soares, Lausilla, Stöger, Gamboa, Antti Adjai, Paciencia und Asano. Das sind für mich die Spieler, die sich vielleicht jetzt auch so ein bisschen, man soll ja auch gar nicht immer zu viel wechseln. Und ich fand es nicht schlecht, wie die Mannschaft gespielt hatte. Und vielleicht kommen wir jetzt so langsam dahin, dass man das ein bisschen auch einspielen lassen muss. Natürlich könntest du jetzt auch wieder darüber nachdenken, anstatt ein Soares ein Vitek oder anstatt ein Gamboa ein Pazlak. Aber nee, ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen. Schreibt es in den Kommentaren, ob ihr es machen würdet. Ich würde es nicht machen. Das ist meine Meinung. Direktvergleich, schauen wir auch noch mal kurz darauf. Bochum-Mainz gab es bisher 20 Spiele, 6 gegen an den VfL, 3 unentschieden, 11 an Mainz 05, 26 zu 31 Tore im Gesamtvergleich. Und natürlich, klar, die letzten Spiele haben wir gegen Mainz, die letzten drei Spiele haben wir gegen Mainz überhaupt nicht gut ausgeschaut. 15. Januar 22, 1 1 0 für Mainz. 6. August 22 bei uns zu Hause, eine Niederlage 1 zu 2. Und dann natürlich das Spiel, wo ich immer noch eigentlich denke, da war ich gerade in Paris, fällt mir auf. 28. Januar, da war ich mit meiner, oder habe ich meiner jetzigen Verlobten damals in Paris einen Antrag gemacht am 28. Januar. Und da haben wir 5-2 gegen Mainz verloren. Also nicht zu Hause, sondern in Mainz. Ja, deswegen kann es nur besser werden gegen Mainz 05, was die Bilanz jetzt auch angeht der letzten Spiele. Tablet packe ich weg, jetzt brauchen wir keine Zahlen, Daten, Fakten mehr. Und ich habe es noch mal, ich kann nur noch einmal darauf eingehen. In diesem Spiel kommt es nicht darauf an, ob wir schön spielen. Es kommt nicht darauf an, ob du schöne Passstaffetten hast, ob du vielleicht Tiki-Taka hast, was natürlich beim VfL sowieso vielleicht ein bisschen utopisch wäre, jetzt irgendwie davon auszugehen, sie würden jetzt plötzlich so spielen. Aber auch wenn du eine Passquote hast, die vielleicht 65% ist und wenn die Zweikampfquote dafür aber bei 60% liegt und du reingehst in die Bälle, in den Zweikampf, also nicht in die Bälle, sondern in den Zweikampf reingehst, um den Ball zu holen und das Stadion einfach, dass du das Stadion mitreißen kannst, dass jeder aufspringt, dass jeder jeden Zweikampf abfeiert, dass es die Mannschaft gepusht wird, dann kann das gegen Mainz funktionieren, dann wird das gegen Mainz funktionieren. Und ich glaube fest daran, dass unser VfL gegen Mainz es schaffen wird und dass die ersten drei Punkte fällig sind. Der erste Sieg, der erste Heimsieg und dass so ein bisschen vielleicht wieder Ruhe einkehrt und jetzt nicht irgendwie natürlich, klar, geben wir den negativen Fall, den ich gar nicht eigentlich im Kopf durchgehen möchte, aber natürlich werden dann gewisse Stimmen lauter, gewisse Szenarien werden lauter. Und das will ich einfach nicht. Ich war so stolz und froh, dass wir in den letzten Monaten uns eigentlich wieder so diese Stabilität und das, dass vor allem auch in dem Moment diese Zusammen, dieser Zusammenhalt und diese Geschlossenheit, diese Ruhe, was du brauchst und das will ich nicht, dass das gefährdet wird. Und deswegen setzt alles daran, Jungs, dass wir den Heimsieg holen. Und ich glaube an euch, ich glaube fest daran. Und deswegen ist mein Tipp auch ein 3 zu 1. Ein Gegentor werden wir uns definitiv fangen und das wird auch wahrscheinlich Unisivo sein. Aber dafür werden Paciencia, Lozilla und Antwi Ajay, gegebenenfalls Asano, ein Tor schießen und dafür sorgen, dass das Spiel 3 zu 1 für unseren VfL ausgeht. Eure Spieltipps in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Schreibt alles natürlich, was euch durch den Kopf geht. Seid ihr schon gehypt? Habt ihr Bock auf das Heimspiel? Werdet ihr im Stadion sein? Werdet ihr nicht im Stadion sein? Guckt ihr von zu Hause mit Freunden in der Kneipe, wo auch immer? Lasst einen Kommentar da. Und wie gesagt, formationstechnisch bin ich darauf eingegangen. Ich würde weiterhin dieses in Anführungsstrichen neue 3, 4, 3 mir wünschen, dass es gefestigt wird, dass die Abläufe sich da etablieren und dass wir Mainz somit vielleicht auch ein bisschen vor Herausforderungen stellen können. Dass wir die Räume eng halten, dass diese Geschlossenheit, diese guten Elemente aus Leipzig und aus Freiburg, dass das kombiniert wird, nicht kompensiert, kombiniert wird und dass wir einfach dafür sorgen, dass das Spiel erfolgreich wird. Entschuldigt, wenn ich so teilweise oder phasenweise, ist mir ist ja wieder aufgefallen, dass ich so ein paar sprachliche Huckler drin hatte. Das liegt einfach daran, weil ich so, ich bin irgendwie so aufgeregt. Ich weiß gar nicht, warum ich bin so aufgeregt, als würde es morgen schon um den Klassenerhalt gehen. Ich bin so aufgeregt, ich bin gehypt, ich bin motiviert und rede mich so in Rage, dass natürlich dann das ein oder andere Wort vielleicht mal verschluckt wird, beziehungsweise, dass ich dann keine Ahnung mehr habe, ob es wirklich noch richtig ist, was ich eigentlich erzähle. So, jetzt habt ihr bestimmt gedacht, der Typ hat eine Meise. Vielleicht habt ihr das auch schon längst gedacht. Aber jetzt beruhige ich mich auch wieder und hoffe einfach nur, dass euch das Video gefallen hat oder dass euch die Podcast-Folge die neue gefallen hat. Lasst einen Daumen da, drückt auf den Abo-Button, lasst die Glocke bimmeln auf YouTube und für alle, die den Podcast zuhören oder im Podcast zuhören. So muss man das ja sagen. Abonniert den Podcast, damit ihr auch hier keine Folgen mehr verpasst. Wir hören uns morgen natürlich dann wieder, wenn wir in den Nachbericht, in die, in das Nachspiel reingehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch heute noch einen schönen Donnerstagabend. Bleibt gesund und ein herzliches Glück. Auf zusammen!